Das kommende Album von Haftbefehl trägt den Titel Mein Park Baby. Das Album erscheint voraussichtlich am 2. Dezember über das Label Aslachs. Alle weiteren Informationen zu dieser Veröffentlichung, die Vorbestellungslinks und die Titelliste findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.